Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield Hardline D Beta. Ähm, ja, wir spielen diesmal als Bad Boys wieder. Und wir machen die Cops mal richtig krass fertig, nech? Und ja, wir werden das Geld stehlen und ja und so weiter und so weiter. Ja, ich hab gerade wieder eine Runde gespielt, um mich wieder ein bisschen einzuspielen als, äh, Cop. Und da hab ich gewonnen. Ich hoffe, dass ich hier mit meinem Team auch wieder gewinne. Hoffen wir mal, hoffen wir mal. Und es geht los! Jawohl, ah, falsche, äh, Scheiße. Kann ich das denn wechseln hier? Na, ist ja scheißegal. So, hier geht schon die richtig krasse Action ab, wie sonst immer auch. Und da fällt der einfach mal nach unten. Ähm. So, komm, den ersten wenigstens noch getötet. Jawohl. So muss das Sinn. Ach, ne. Da war noch einer. Oh, den hab ich dickfett eine mitgegeben. Wo ist der? So, das Auto ist ja explodiert. Dann werde ich nochmal schnell nachladen. Achso, okay, der läuft weg. Der hat nämlich Angst. Der weiß, ah, Dummy, WLP, da muss ich schießen. Da muss ich nicht hin. Alter, mit diesem Ding kann man gar nicht schießen, ey. Steal the Package. Ja, aber das werde ich gleich machen ohne Momente. Boah, ich bin jetzt gerade so konzentriert. Wenn ich konzentriert bin, dann bin ich immer sehr, sehr leise. Boah, Bitch, ey. Dachtest du, ne? Dachtest du? Ja? Nicht mit mich, ey. Ach, du Scheiße. Komm, steig aus. Komm, steig aus. Heide, witzgeier, Kapitän! Boah, mit der Pistole mache ich sie alle fertig, sagst du? Boah! Leute, wie geht das denn? Geht der mich denn bitte fertig gemacht noch, ey? Also, hat er aber gut gemacht, hat er gut gemacht. Dass der andere da, der im Auto war, nicht mit rausgegangen ist und mitgeschossen hat, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, noch schnell den Schluck nehmen. Dann geht's los hier. Okay. So, mach mal Platz da jetzt. Hier wahrscheinlich oben, ne? Ja, wahrscheinlich oben. So, komm. Okay, wir haben wieder das Paket. Jetzt müssen wir das nur noch abgeben. Okay, wieder verloren. Ähm, loll. Boah, ey, mit dieser Waffe kann ich nicht umgehen. Wie kann man das denn hier ändern? Ähm. Ah, ne, wenn ich gleich wieder komme. Hey, wie die da am Campen sind, ist ja der Wahnsinn. Muss man einfach mal sagen. So, hier habe ich hier wieder kein Ton. So, hier habe ich hier wieder kein Ton. Doch, jetzt habe ich hier. Und jetzt haben sie das Ding, also das Paket gleich wieder. So, hier haben wir uns natürlich schnappen. Ja, ist klar, ey. Boah. Entweder war ich da richtig schnubig oder er war verdammt gut. Ja, das kann nicht wahr sein, ey. Wie scheiße ich gerade bin, das ist der Wahnsinn. So, dem werde ich mal ein bisschen helfen hier. Aber die Pakete sind alle da unten. Wollen wir da nach unten, ne? Und das Paket mal wieder zurückholen? So, da sehe ich doch schon die ganzen Bullen. Oh, oh, fällt nicht auf, fällt nicht auf, fällt nicht auf, fällt nicht auf. Fällt nicht auf, boah. Ach, komm. Ey, aber der, wie vor mir. Okay, einen habe ich noch getötet. Das ist gut. Aber wenigstens einer hätte da noch mitsterben können. Ich glaube, der, der auch mich noch ein bisschen mit abgeknallt hat. So, ist immer noch das Paket da unten. Das Paket ist wirklich da unten noch, ey. Oh! Das war jetzt nicht so geplant, wie ich wollte. Das war eine schlechte Granate. Boah, treffe ich da gar keinen oder was? Das ist das. Boah, Junge, jetzt geht's hier aber richtig ab hier. Halleluja, muss man ja mal sagen. Ah, Battlefield ist doch manchmal so ein echt cooles Spiel, muss man einfach sagen. Da kann manchmal sogar COD nicht mithalten, finde ich. Haben wir das Paket jetzt eigentlich? Haben wir... Ja, wir haben, wir haben gewonnen. Das Spiel verlief jetzt, also das, die Runde verlief jetzt sehr, sehr schnell. Ich werde mal kurz hier einen Cut machen und, äh, für euch geht es dann gleich wieder weiter. Da sind wir wieder. Ich wollte schon wieder eine Begrüßung machen. Da geht ja gut los. Ja, schnell in einen Squad-Car einsteigen, Operator. Und dann als Polizist mal die ganzen bösen Boom ausschalten, ja. Ach, so. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Let's go. Junge! Ey, wir sind Kollegas. Ja, ich, äh... Oh Gott, wie fahr ich denn schon wieder hier, ey? Also, wenn ich meinen Führerschein hab, ey... Sag mal! Oh, ey, wie die Scheiße! Was ist denn da los? Ja, ja, ist ja gut. Irgendeiner hat mich gerade angeschossen. Bah! Schnell weg hier. Das war eine schlechte Granate, also die schlechteste Granate, die ich je in mein Leben geschmissen hab. Boah, hier wird schon wieder irgendwo gesniped. Wollen wir uns gleich mal hier wieder verkriechen? So, so. So, ich, 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 hier. Ich kann mal hier nicht gleich ein so doll raus. Oh, hau nicht mal so doll ein so doll raus. Ja, komm. Na, komm. Na, komm, guck doch mal raus. Okay, der guckt nicht mehr raus. Doch. Ah, den treff ich nicht, oder was? Oh, oh. Yo. Keine großen Soundeffekte, aber Tod ist Tod, ne? Ach, keine Granate mehr zur Verfügung, oder was? So, den hab ich schon mal getötet. John Hard... Deo? 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 Äh, Deo. Hab Deo gesagt. Das ist mal Deo zu dir, nehm ich, ja. So, du stirbst auch. Nicht durch mir, sondern durch den da. Ja, dann stehen wir hier. Ich hab hier irgendwie keine Action. Ich brauch Amu. Alter, ist klar, ey. Da braucht man Amu, weißt du, aber so ein Amu-Typ legt da keine Amu hin, ey. Das ist not Amu. So, wir... Mobile... Schnell. Ja, den hab ich getötet. Ah, da ist er noch. Ne, das ist ein Toter. So, wieder mal mit der UMP. Boah, das ist so ein Scherz, ey. Wieso laufen die anderen mir vorbei, meinen Kollegen, ey, und die Scherz? So. Wieder benehmen, Dominik. Ist so ein Spiel. Die sind sehr schlecht. Das wissen wir. Was sollen wir machen? So. Alter. Off ist er down. Boah, Alter. Bin ich hier schon wieder irgendwo gesnipet oder so? So, wir müssen mal hier die alle fertig machen. Hat sich da nicht gerade irgendwas bewegt? Oder bin ich einfach nur blind? Und scheinbar bin ich einfach nur blind? Boah! Achso, der ist tot. Okay. So geht's natürlich auch. Na, einfach mal weiter raufballern, obwohl der schon tot ist. Kill Assist. Okay. Ja, wenigstens das noch, ja. Wenigstens noch ein bisschen geholfen, den zu töten, nicht? Ich höre Gas. Boah! Oh, hier, er nimmt das zu euch, so. Aber ich brauch ein bisschen Ammo. Oh, hier, er nimmt das zu euch, so. Meine Güter, er. Äh, irgendeiner hatte doch hier, Ammo, da liegt Ammo. Wichtig. Ja, nochmal. Ja, jetzt bin ich voll. Oh. Wo, wo. Oh, wo. Ich hab ihn nicht einmal getroffen, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Boah. Bis zu des Wahnsinns. So, jetzt können wir wieder alle in Ruhe spielen. Das ist schön. Wenn ich mal ne Granate kriege ich hier, ey. Wenn man Muni auflögt. Auflögt. Komm, belegt mich bitte einer, belegt mich bitte. Ja, ja, ich akzepte. Dankeschön, 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 dankeschön. Boah, erstmal... Äh, äh, egal. Oh, na, hä? Das war falsch. Boah, was hab ich geschluckt gerade? Boah, Punkte... Oh, scheiße. No problem. Boah, äh. Boah, das ist gar nicht erst versunken, mein Freund. Kallassist, jawohl. Killassist, so meine ich das. Kann ich jetzt hier überhaupt noch? Ja, ich komm noch raus. Schön, dass da irgendeiner mit Gämmen drin ist. Bitch, äh... Hat er mir eine mitgegeben, aber wie, äh... Aber richtig krass eine mitgegeben, hat er mir eine da. Ja, die war noch irgendwo hier. Boah, erstmal... Wieder mitmachen da. So, das ist mein Kill, meine Freunde, in der Gelegenheit. So, das ist auch meiner. War, Junge! So, wieder gewonnen. War das... Ist das schon wieder ein Sieg? Ich weiß gerade gar nicht, ob wir gewonnen haben. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wir nähren uns Level 7. Wir waren, joa, im unteren Bereich eher. Und der war echt gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder einen netten Einblick zu Battlefield Hardline, zu der Beta. Und, ähm, ja, tschüss und auf Wiedersehen.